Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Leistungssteigerung. Viele Fahrzeuge sind dafür geeignet, vernünftig leistungsgesteigert zu werden. Es ist nicht so wie früher, wo man viele tausend Euro investieren muss, um 10 oder 15 PS zu bekommen. Heutzutage haben fast alle Fahrzeuge Turbolaire und daher ist es auch möglich, relativ einfach, relativ viel Leistung zu erreichen. Doch bevor man mehr Leistung erreicht, sollte man prüfen, dass das Fahrzeug technisch im vernünftigen Zustand ist. Und es ist auch wichtig, wenn man die Leistung erreicht oder beziehungsweise wie man die Leistung erreicht. Daher gibt es verschiedene Programmierer, die auch verschiedene Methoden oder verschiedene Varianten nutzen, um die Mehrleistung zu erreichen. Da wir bei verschiedenen Firmen die Datensätze, die wir verwenden, ankaufen, wollen wir natürlich für unser Geld, was wir investieren, das bestmögliche Produkt. Daher gibt es leider keine einzige Firma, die alle Fahrzeuge, alle Hersteller, alle Modelle vernünftig und wirklich sehr gut macht. Das ist genauso wie bei jedem Handwerk, hat sich jeder auf bestimmte Motoren, auf bestimmte Hersteller spezialisiert. Das wird natürlich euch als Laien keiner erzählen, dass ich mache diese Fahrzeuge besser oder ich mache diese Fahrzeuge schlechter. Deswegen gucken wir natürlich über unsere sehr lange Erfahrung, wo wir das bestmögliche Produkt bekommen und genauso bieten wir das auch für euch an. Wir haben die Möglichkeit, auch so eine Leistungssteigerung aus der Ferne zu machen. Das heißt, wenn ihr nicht nach Hamburg kommen könnt, wir schicken euch so ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit internen Zugang und dann können wir das Fahrzeug von hier aus programmieren. Doch man sollte vorher schauen, dass die Motorsoftware aktuell ist, denn es macht keinen Sinn, eine Leistungssteigerung oder Kennfehloptimierung auf eine alte Motorsoftware zu machen. Denn die Hersteller, die publizieren oft eine neue Software, wo Fehler ausgemäht sind und die einzelnen Prozesse des Motors perfektioniert sind. Daher macht es immer Sinn, vorher ein Update zu machen. Das können wir natürlich auch über diese Fernwartung tätigen. Außerdem ist es natürlich wichtig oder das Wichtigste ist, dass man das Fahrzeug vorher prüft. Und das heißt, denn nicht jedes Fahrzeug ist für eine Leistungssteigerung geeignet und man sollte natürlich auch gucken, dass man die Leistungssteigerung entsprechend des Zustands des Fahrzeugs einmal anpasst. Denn jedes Auto ist unterschiedlich. Manche fahren sehr viel Start, andere viel Autobahn, andere haben eine Anhängkupplung und genauso ist halt auch die Belastung für Motor, Getriebe und einzelne Komponenten. Deswegen prüfen wir jedes Fahrzeug vorher, ob es für eine Leistungssteigerung geeignet ist. Wenn es das ist und wir die Leistungssteigerung durchführen, ist die Prüfung natürlich kostenlos. Stellen wir fest, das Fahrzeug ist technisch nicht in Ordnung, dann wird für diese Prüfung natürlich berechnet. Aber als erstes zeige ich euch mal, was man alles prüfen kann, welche Möglichkeiten wir haben und was man bei jedem Fahrzeug vorher prüfen sollte, bevor man überhaupt an eine Leistungssteigerung denkt. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorweg geprüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fahrzeug hat knapp 100.000 Euro gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Soll-Wert vergleichen mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17. Das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut, bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56 und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen, durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Die Injektoren oder Einspräsiden spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral, Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasing-Rückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann. Denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen, denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansauerbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR irgendwann verrusten die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikäfertes unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansauerbrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansauerbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AG in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, sondern beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen. Die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Sollwerte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschiedene Drehzahlen angefahren und die Werte werden entsprechend uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich für den Sollwerten, die man haben sollte oder was halt schlimmsten Fall sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier im Fahrzeug, es hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraschstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelfilter natürlich zusetzt. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch oder per E-Mail und dann werden wir euch ein Angebot machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.